Ich glaube bei Mädchen. Vicky ist echt ein Junge. Echt? Bei was? Weil Vicky was mit dem Mädchen aus dem Dorf hat. Das kommt erst später dann mal zur Sprache. Weil das Mädchen küsst nämlich Vicky, Vicky wird rot und alles. Und das ist aus einer Zeit, wo natürlich so gleichgeschlechtliches Zeug nicht gerade gern gesehen wurde. Ja ohne Scheiß, ne Schatz? Also für alle, die jetzt esst. Das mitbekommen, ja. Das geht um... Ja genau, und es durften Männer auf die Schiffe. Seine Freunde hat die besten Argumente. Mette. Mette. Das ging jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht. So easy. Für mich ist fahrend. Mette. 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 Hahahaha Digga du bist ja so Schon gesagt, ich bin ja so easy Poppy bei mir Ich komm Sieben Sekunden stun Könnt drauf Hahahaha Ja Ja Ah Scheiße So So den hier weggesneakt Altar holen Hahahaha Jawohl Du nimmst den Wie gesagt, für mich ist das immer schon fun Oh, ein paar bis hier Oh Fertig Du 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 Oh mein Gott! Jaja, ist du es miss? Jaja, ist du es miss. Jaja, ja. Anderseits. Ach, zum Glück. Oh Gott, wieso steht der jetzt schon nur zwei? Ja, weil der grad nochmal gekillt wurde. Ah, jetzt wurde ich auch noch einfach weggerannt. Ähm, aber ich glaub, da war ein Flasch dabei, ich weiß es nicht. Alter, der Töte ist halt schon bei in vierten Minute. Ja, ich sag mir nichts dazu. Ja, ich sag mir nichts dazu. Jahre Promo, ne? Alter! Boah! Ja! Ja! Die rennen jetzt hier runter. Ja! Ist ein permanent jetzt zu dritt. Ja! Das sind ja auch inanium, oder? Ja! Dann wird es nicht mehr. Das ist auch. Ja, jetzt wird es nicht mehr Geld geschlagen werden. Ich glaube, das war doch rein. Boah! Ja! Beste. Ja! Jo! Ich bin jetzt schon alt. man kann es nicht glänzen ok gute no oh gott gewick erst zuerst sind alle gegner müsse und du gehst das mit porschen oh leule überlebt das ich sag es mal so dreist der set ist eigentlich scheiße poppy nicht eigentlich natürlich was geht Keine Sums. Alter, warum ist die so schnell? Weil die Einfassungen das benutzt. Alle Mist, Vorsicht. Ich meine, es ist nur Poppy, ne? Äh, Poppy, sorry. Und dass du keine Autos im Charme raushauen. Äh, Poppy ist bei mir? Ja. Ah. Ja. Ich meine, ich mach Damage und Sona, aber... Als ob das Geld wettet. Ich bin aufm Weg. Okay, ich fahre eine Strategie. Das... Wie sie füllen. Und... Du bist der Einzige, der alle töten kann. Ich versuchte, als CC-Boots zu sein. Ah, ich hab nur... Ah, da, 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 da. 3, 2, 1... Tch. Alter, das stimmt noch. Der ist letztlich geschock. da war klar einfach so fährt nein ich wollte es blocken das hat jetzt ziemlich viel zurückgeholt bei mir also ich hoffe mir first war das um wirklicher zimmer zu sein naja ich hole mir mal ein gunplate und dann nach full tank poppy spielt mit elektro cute poppy geht auf arty mit naja ich farm halt fast nichts kannst du topdecken der hat es holt gleich ich bin erst in der base ich weiß vor allem für mich ist alles worth naja so stirbt dauernd da hat er hört aber auch nicht auf zu hinten alter da ist er hat mich gegangen nicht nicht die ist schon echt fett ey ich bin nur flash und soll keine knack nein gott sei denn alter alter tp äh port bitte nicht da weg da ist ein klug dass die dumm sind ok ok gunplate braucht nur noch 40 sekunden old dann musst du wieder top kommen zum kill ja wenn ich noch 700 gold dann habe ich gunplate ich habe mich nicht gesehen oder was lol äh pass auf alle miss gut so naja will ich schon poppy miss ich habe keinen flash mehr aber alle miss alter ich komme nicht hinterher alter ich komme nicht hinterher hm ich habe es doch gekackt raum scheiße wie hast du erst mal stehen geblieben ist nichts gemacht hat schade dass die gerade irgendwie hatte er wird ja so gedeift im tank ja ey nicht gedeift er kommt dauernd raus 07 aber ich stehe 6 7 ich bin jetzt ein paar mal versuch gestorben kann man 50 sekunden wieder top 9 nochmal zu meiner holt ich habe auch wieder flash up wenn ich das nicht gleich weiß h ok natürlich alle weg mhm Eine Bubble und dann noch die Q. Oh, das ist jetzt kommt auch. Get down, Plater. Der hat mich nicht mehr richtig erwischt. Ich komme gleich. Fuck. Ja, das war's. Ja, wir kriegen das nimmer hin. Der Yasuo ist viel zu sehr gefeedet. Ja, das ist so deprimierend.